Hier ist Leonard Weking aus dem SpinFactory Test Center in Köln. Heute wird wieder fleißig getestet. Für mich steht heute auch auf dem Programm aus der ganz bekannten chinesischen Belagreihe Hurricane, der Hurricane 8, hier auf Rot. Wieder ganz klassisch, sehr klebriger Belag, wie man es von chinesischen Belegen auch kennt. Mit 39 Grad ein sehr weicher Belag, natürlich aus chinesischer Sicht weich. Mal gucken, wie weich er dann wirklich ist. Ich werde ihn auf jeden Fall auf dem Mizuno Carbon Holz testen und bin ganz gespannt. Er ist auf jeden Fall sehr klebrig. Wie man sehen kann, zieht er den Ball mit an. Das heißt, er hat eine sehr griffige, klebrige Oberfläche und ich bin gespannt, wie sich dieser Belag auch spielt. Der kommt doch gar nicht bis hier. Hier kommt es. Aber Scream geht. Aber hast du das nicht auch gesagt, dass das hier den Plastikbein sein soll? Das sagen die jetzt alle. Ja, guck mal. Das ist wie durch Hurricane, oder? Ja, Hurricane. Aber das kommt mal duéri, die ist schon wieder. Aber das macht der Kommune. Ja. Ja. Ich habe das. Wir haben das. Ich weiß nicht, dass du da bist. Das finde ich echt gut. Ja, kurz aber sehr knackiger Test hier mit dem Hagelkin 8. Von Double Happiness DAS sehr, wirklich sehr weich im Gegensatz zu den anderen meistens sehr harten chinesischen Belegen. Trotzdem mit der unglaublich griffigen Oberfläche. Auffällig war, dass alle Bälle, die relativ gerade gespielt werden, also ohne Bogen sehr langsam kommen. Also wirklich teilweise nur das hintere Drittel der gegnerischen Hälfte erreichen. Auffällig trotzdem und super gut im Touch bei Spinbällen, also gerade bei Aufschlag und bei Eröffnungsbällen habe ich auch gemerkt, dass Tombo relativ viel rausgeblockt hat erstmal, den Winkel finden musste, weil sehr viel Spin drin war und auch beim Gegenziehen dann mit Tempo, also auch mit Spinbällen, mit Tempo war auch Power hinter. Also für mich eine sehr positive Überraschung, weil ich sonst mit chinesischen Belegen, die ja eigentlich einen sehr, sehr harten Schwamm haben, weniger zurechtkomme. Weil die zu hart sind für mich hier wirklich die Kombination, finde ich ganz gelungen. Für Spieler, die viel mit Bogen spielen wollen, viel mit Rotation spielen wollen und wenig, das muss man wirklich sagen, wenig Bälle zentral treffen, ist der Belage sicherlich geeignet. Be комментарier ist er. employer mit Bogenland. ... ... ...